Ich freue mich ganz besonders, Sie auf der IT-Fit-Tour von Dell, Intel und Microsoft begrüßen zu dürfen. Wir haben ein ganz großes Anliegen auf dieser Tour, nämlich Sie als Unternehmer IT-Fit und erfolgreich zu machen. Es gibt zwei Themenbereiche, die wir auf der Tour vorstellen möchten. Zum einen die vielen Schlagworte, die Sie hören. Ob es nun Cloud-Computing ist oder Outsourcing, diese möchten wir auf Ihre konkreten Bedürfnisse ummünzen. Sie werden erfahren, wie hoch die Einsparungen sind, die Sie erzielen können. Und zum Zweiten das Thema Förderungen. Es gibt eine Vielzahl von europäischen oder regionalen Förderungen, die nur darauf warten, von Ihnen in Anspruch genommen zu werden. Jetzt hatten Sie vorhin ja auch schon gesagt, dass Sie seit 2003 angefangen haben, Dell einzusetzen, sukzessive komplett auf Dell umgestellt haben. Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir hier mit Ihnen einen Kunden haben, der komplett auf Dell setzt. Erzählen Sie ganz kurz, warum setzen Sie auf Dell? Was sind die Dinge, die für Sie da besonders wichtig sind? Also natürlich die produktqualitären Zuverlässigkeit, die Langlebigkeit, die Erfahrung, die sehr gute Betreuung im Firmenkundengeschäft natürlich, der Kundenservice, den Support, den wir über den Pro-Support beziehen, der hervorragend ist. Und einfach, ich glaube, auch die Kompetenz, die Sie im Bereich Firmenkunden mittlerer Größe einfach haben, sind die Überzeugung auch im Moment dort für uns. Meine Erwartungen, warum ich hierher gekommen bin, ist eigentlich, dass wir doch eine relativ kleine Firma sind, wenn ich das vergleiche mit den anderen Teilnehmern. Und für mich war wichtig, ein Gefühl zu bekommen, wo geht für mich als Unternehmer die Reise hin, die nächsten fünf oder zehn Jahre. Mit was werde ich mich zwangsläufig, wenn das Wachstum so weitergeht, in fünf oder zehn Jahren beschäftigen, dass ich da jetzt keine falschen Wege bestreite, mir nichts verbaue. Und da war Dell für mich eigentlich schon seit zehn Jahren ein Partner, mit dem ich wachse. Und ich habe gesehen, Dell ist auf dem richtigen Weg mit mir zusammen. Und den Weg werde ich weiter mit Dell zusammen gehen. Zukunft ist ein Thema, was jeden interessiert. Jeder würde gerne wissen, was morgen und übermorgen ist. Insbesondere Unternehmen sind natürlich daran interessiert, weil sie sich darauf einrichten müssen. Und die Frage ist, kann man das? Normalerweise sagen wir alle, Zukunft wird nicht gewusst. Sie kommt irgendwie. Aber auf der anderen Seite haben wir viele Signale im Vorfeld von Zukunft. Wenn wir sie richtig deuten, könnten wir möglicherweise viele dieser Signale in unsere Aktivitäten, in unsere Unternehmenspolitik integrieren und uns sozusagen auf sie vorbereiten. Die IT-Feed-Tour ist ein sehr spannendes Thema für mich, weil es ja ein Konzept ist, das wir zum ersten Mal ausprobieren. Weil wir wirklich versuchen, verschiedene Themen zusammenzubringen. Und wir versuchen vor allen Dingen natürlich darzustellen, was wir als Dell im Bereich wirklich auch zerstörungsfreien Betriebs leisten können, warum wir der richtige Partner für den Mittelstand sind. Wir versuchen natürlich gleichzeitig auch wirklich Kunden für uns sprechen zu lassen, wie den Herrn Siegmann von SDR Travel zum Beispiel. Und wir versuchen gleichzeitig auch über Themen wie Finanzierung, spezifische Dienstleistungen, die wirklich im täglichen Leben gerade eines mittelständischen Kunden einen großen Unterschied machen können, in etwas größerem Detail zu sprechen. Sehr spannende Themen, eine sehr große Spannbreite an Themen und insgesamt aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr gelungener Tag eben in der Breite der Themen, die eben wirklich einen Geschäftsführer interessieren sollte und müssen. Die IT-FIT-Event-Reihe wird begleitet von der Dead Truck Tour. Das ist ein großer Truck, der durch 40 Städte in Deutschland reist und wo Sie auch alle Themen nochmal aufgreifen können und unsere Produkte anschauen können. Und wir würden uns ganz besonders freuen, Sie auf dieser Tour begrüßen zu dürfen. Vielen Dank.